hallo liebe bastelfreunde heute fertigen wir eine kerze auf kundenwunsch mit dem motiv von einer brennenden flamme feuer dafür benötigen wir eine skizze eine kleine kerze wachsplatten in hellrot orange sonnengelb weiß und für holzscheitel in braun in meinem fall ist ja braun mit holzmotiv muster wir fangen an zuerst schneiden wir aus den wachsplatten die elemente für feuer wir gehen vom rot zu weiß für pausen benutze ich einfach für schrift mit leichtem druck gehen wir linien nach Das war's. Jetzt schneiden wir mit Cuttermesse Elemente aus und legen sie auf Saiten. Das war's. So, jetzt haben wir rote Teile. Rote Farbe auf Saiten. Nächste ist Oronstram. Nächste ist Oronstram. Nächste ist Oronstram. So, jetzt machen wir gelbe Teile. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt müssen wir alles fest andrücken. Das gleiche machen wir mit Orangenteil. Jetzt brauchen wir Gel. Okay. 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 Weißen Teil. Kleine physische kann man weg tun. Weg machen mit Messer und wieder polieren. So, jetzt brauchen wir noch einzusetzen, diese Flammenzungen. Das macht unsere Feuer etwas lebendiger. Lebendiger. Okay. 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 Und zuletzt können wir legen Holz unter das Feuer. Und damit ist unser Lagerfeuer ist fast fertig. Noch ein kleines Detail. Noch ein kleines Detail. Okay. 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 Okay.